Alter, hier ist Enfield Munition. Ja, das war von mir. Aber AK, wo ist da ein Magazin dafür? Ja, dieses schwarze. Wir sind voll auf dem Vlaunen Posten hier. Vor allem, man kann hier gar kein Gebäude betreten, ne? Bestimmt, gibt's hier irgendeine Fraktion, die komplett full-equipped spawnt und wir nehmen immer die falschen? Hm? Ist denn eigentlich eine mega große Stadt in der Nähe bei uns? Nein. Moment. Ah, links rüber, du. Was? Nach links rüber? Boah, ich hab ne Waffe, Mann! What the fuck? Boah, ich hab ne Waffe, Mann! Richtung Westen. Da oben sind zwei große Städte. Ja, das ist aber Norden. Der ist doch ziemlich weit im Norden, oder? Seid ihr nicht im Norden? Aber wir haben keinen Kompass. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Ich glaub, ich hab sogar Munition für die CZ. Aber schau dir mal unten die Map an. Äh, 5 Rounds, 2-2 LR. Genau. Nice. Hier liegt hier drin. Hier ist auch noch die Enfield. Kannst du haben, wenn du willst. Da ist Czerno. Links Czerno, rechts Elektro, oder? Ja doch, schon ähnlich, ja. Sind diese Melee, ist das Sattelbomben? Sind das Sattelbomben? Ja, mein Videotape ist auch ein Typ Granate. Ne, ich glaub das ist einfach nur von der Axt. Das glaub ich von der Axt. Hier ist ein Tennisball. Ja. Typ Granate. Kannst du werfen. Echt? Ja, den kannst du wirklich werfen. Einen Siegelstein kannst du auch werfen. Nehmen wir mal mit. Weil dann erbeuten wir nämlich auch bessere Waffen. Braucht jemand ein Flashlight Attachment für seine Waffe? Ich denke nicht. Hier oben war jemand hinterm Haus. Ich weiß nicht, ob das... Da ist Czerno. Da ist jemand! Ich hab ihn einmal getroffen. Ich bin tot, du kannst meine Waffe looten. Ja. Du, du nimm seine Waffe schnell. Geh du rum, ja. Oh. Fuck. Ich hab ihn erwischt. Warum lebt er noch? Da ist keine Waffe beim Mucker. Ein Rucksack ist die. Fuck, ich muss nachladen. Heilige Scheiße. Kann noch nichts machen. Er hat mich einmal erwischt. Ich geh mit der Axt dran. Das dauert zu lang. Ich hab ihn schon wieder erwischt. Warum lebt er noch, Mann? Ja, jetzt hab ich ihn. Ist er tot? Da steht er. Ich hab ihn viermal erwischen müssen. Viermal, Alter. Viermal, Alter. Du bist quasi ganz links und wir sind quasi ganz rechts. Okay. Dann lauf ich in diese große Stadt. Da hab ich keinen Mac dafür. Das sind doch Macs. Oh, danke. Tatsache. Kevin, hast du ne Waffe? Ja, ne Mac auf. Ah, hier ist noch ne. Kevin, hier ist ne AKS mit nem Magazin noch drin. Oh, oh. Welcher bist du? Hier. Hier. Ich mach QE. Ah, da drüben, okay. Brandl, schau mal. No, no, I'm not banded. I'm friendly. Don't shoot, please. Please, please, please. Da sind ein Haufen geile Waffen drin. Okay. Schade, vielleicht kann ich noch ne Waffe mitnehmen. Alter, hier ist Enfield-Munition. Ja, das war von mir. Aber AKS ist da ein Magazin dafür? Ja, dieses schwarze. Oh, das passt wirklich. Okay, Banditen sind echt unbeliebt. Okay. Ich werd hier von fünf, sechs Leuten beschossen. Alter. Ja, die gehen direkt drauf rein. Und denen ist auch keine Munition zu schade. Oh mein Gott. Ich, ich wurde random mit einem zugewiesen. Und der ist neben mir. Und jetzt entsteht hier der übelste Fight. Ihr sollt doch im Team zusammen arbeiten, Mukwa. Also du, ich hab nen Kompass. Du hast den Kompass? Ich hab auch nen Kompass. Na, jetzt lass mal gucken. Dann kann ich dir die Map geben, wenn du willst. Ähm, wo waren? Oben links. Ach, du hast die Map. Wir sind... Schau mal, drück halt oben rechts auf diesen Kreis. Ja, ich weiß, wo wir sind. Aber ich will wissen, wo Mukwa ist. Okay, da sind wir. Wenn du jetzt links davon einfach gerade nach links. Mhm. Bis an den Rand der Map. Ja, aber... Dann gehst du hoch. Und dann kommt ne weiße Straße, wo zwei Gebäude sind. Ich nehme für dich ne Waffe mit, Mukwa. Kapier ich nicht. Okay, super. Wir sind hier. Plan Quadrat links elf, oben eins. Da unten ist ein Tier. Okay. Boah. Ich hab schon Mukafleisch. Links. Ja, ich auch. Das Tier nutzt sich nichts. Okay, jetzt weiß ich wo. Wir haben ihn. Geil, geil, geil. I'm friendly, come on. Don't shoot, please. Mein Problem ist, ich kann die Sniper nicht auswählen. Äh, auswählen. Weil sonst muss ich Mukas Waffe da lassen. Wir müssen genau... Hi, du hast ne Sniper? Ja, ja. Hast du mal ein Visier drauf? Ja. Ich hab ein fettes Visier gefunden. Ja, ich hab ein Visier drauf. Ja. Genau Richtung Westen. Kann ja nichts an meine behinderte Waffe machen. Muka, schaffst du das? Ich weiß nicht. Die verfolgen mich. Wird von so... Z-X Team acht Mann verfolgt. Mit Dauerbeschluss. Streichhölzer sind gespawnt. Aua! Also lohnt sich das jetzt für uns in Richtung Muka zu laufen oder eher nicht so? Deswegen hab ich ihn ja gerade gefahren. Weniger, weniger, weniger. Also... Ja, dann lass ihn doch. Dann töte dich doch. Oder lass dich töten. Soll einfach ne andere Fraktion dann nehmen. Und wir können ja trotzdem mit ihm zocken. Das ist ja kein Ding. Und jedes Mal wenn einer stirbt, soll der die gleiche Fraktion nehmen wie Muka. Ne, ich glaub die Fraktion ist schon gut für uns. Weil dann können wir echt... Also wir sind wirklich mega unbeliebt. Die haben mich nur beschossen, weil ich Bandit war. Die haben zu mir gesagt halt so Bandit, Bandit. Die haben auch die anderen hier. Ich bin ein paar Leuten entgegengelaufen, hab gehört. Hab gehofft so, dass die irgendwie die Schüsse abfangen. Aber die sind wirklich nur auf mich losgegangen. Alter, da hab ich ja voll ins Schwarze getroffen. Absolut. Mit der Auswahl. Man, wie gerne würde ich meine Sniper auspacken, Alter. Weil ich will Mukas Waffe nicht wegschmeißen. Du kannst du dich wegschmeißen, weil wir finden bestimmt neue. Guckt lieber, dass ihr sicher seid. Aber die macht doch nicht so viel Damage, wie ich dachte. Wie gesagt, ich musste viermal treffen. Den Typen vorhin. Vielleicht hast du einfach Scheiße geschossen oder Desing oder was weiß ich. Ne, ne, ich hab das Blut einschlagen sehen. Das Blut hast du einschlagen sehen? Ja. Geil. Blut? Du hast mit Blut geschossen das Ding. Und dann sind Patronen rausgespritzt, oder? Ja. Geil. Denn ich hab die Patronenarterie verletzt. Oh nein, und dann ist er verpatronisiert, oder? Das war jetzt eigentlich lustig, du musst lachen. Aha. Danke. Das war weißkalt, Mann. So. Bauen wir mal. Ja komm dann, schieß doch weiter, Mann. Wissen wir welches, wo wir richtig sind. Hörst du da nochmal? Jetzt schießen. Ich bin in seiner Stadt. Ich versuche mich zu verstecken. In seiner Stadt. So, ich schau mal auf der Map, ob wir in der Nähe von der Stadt sind. Hm. Aber die einzige Stadt, die bei uns noch in der Nähe ist, sind wir die Große, oder die Spawnstadt mit der rostigen großen Lagerhalle. Da bist du aber nicht, oder? Ja verstehe ich auch nicht, wo die Schüsse, weil da gibts ja nix. Ah. Hier gibt das in der Stadt, die hat zwei, obwohl Moment, doch das ist die mit der gostigen Halle. Da in der Stadt. Okay, dann müssen wir da hin. Wir hätten da bleiben, ist einfach von Anfang an, Mann. Wir müssen Richtung Süd, Südosten. Weißen wir. Südosten. Aber wir laufen genau richtig. Bisschen mehr Richtung Süden, kleines bisschen nach rechts. Kommen wir genau richtig. Also leicht mehr, leicht einen Tick Richtung Süden. Und denk dran, also wir sind keine Freunde anscheinend, also da. Jetzt schießt er wieder? Aus der Stadt, ja. Mucca, wir sind definitiv unterwegs. Ich schau mir das von Weitem an. Kannst du ungefähr abschätzen, wo du bist? Auf welcher Himmelsrichtung? Gegenüber von der Halle. Auf der Straßenseite? Also du siehst die Halle? Nee, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite. Okay, dann bist du im Norden, dann kommen wir genau zu dir. Nice. Machen wir hier Positionen. Also der Typ, der schieß wild in der Stadt, jetzt nicht mehr, aber der versucht die Sachen zu looten. Jawohl, der läuft genau richtig. Genau. Dann treffen wir uns mal, kriegst du ein bisschen Root von mir und dann können wir rein. Juhu. Wir kommen näher, wir haben noch. Ich seh schon ein paar Häuser, ist das die Stadt? Ja, ja. Lauf mal weiter, ich guck auf der Map. Der kommt zu mir hoch, der kommt zu mir hoch. Ja, wir müssen ein bisschen... Okay, der läuft weg, der läuft weg und zwar... Ähm... Ah, der steht jetzt vom Wald, Moment. Über die Bäume kommen wir jetzt, über die Bäume. Okay, der hat sich hingehockt, ich glaub der lockt sich aus oder so, der hat sich hingehockt. Wir müssen weiter nach links, Leute. Ja. Okay. Links am Waldrand müsste irgendwo ein Mucker sein. Wenn er an einem Wald ist. Ich bin an so einer Tanne. Ich glaub nur zwei Tannen gibt's in diesem Wald und ich bin an Beinen. Wir sind vier. Ja. Ja. Ihr müsst aufpassen, der läuft jetzt in den Wald hoch. Nicht, dass er euren Wald entlang läuft. Okay. Da müsste er dann in unsere Richtung kommen. Genau gegenüber von dem Blechhaus läuft er hoch. Da ist er diagonal weg. Also du hast gesagt, du bist auf der Straßenseite, wo das Blechhaus ist, das große. Ne, genau gegenüber, genau gegenüber. Also du guckst über die Straße, dann siehst du das Haus. Genau. Da müssen wir aber die Straße überqueren. Da müssen wir noch rüber. Um den Kerl zu töten. Ne, um zu Mucker zu kommen. Okay. Ich kann auch zu euch kommen, das ist glaub ich sicher, oder? Ja. Sicher ist so ne Sache. Wir sind auf jeden Fall neu und sicher. Ich seh einen auf jeden Fall. Von uns? Das weiß ich nicht. Ich bin auf dem freien Feld. Genau. Ich lauf links, rechts. Links, rechts. Richtig. Dann komm ich euch, ich komm euch entgegen einfach. Dann lauf ich wieder ein bisschen in den Wald. Ja. Und deiner Blickrichtung raus nach rechts. Was stimmt wir dann? Wir schauen noch einmal Blut in den Kisten. Oh Gott, da ist einer in der Stadt mit einer Waffe. Wo kommt der denn her? Der ist im roten Haus, ist der. Im Backsteinhaus? Genau. War kein Bandit. Der hat einen normalen Skin. Ich glaub ich hab ihn gesehen. Hüten. Aber ich würde gerne, dass wir erst vereint sind. Das rote. Ja. Ich seh gar kein rotes Haus von hier aus. Aber wir sind die alle ein bisschen komisch farbig, dadurch dass es nicht liegt. So, ich seh einen von euch. Stell ich's von euch. Ja, das bin ich. Hallo hier. Hallo. Ah, da bist du okay. Hallo. Komm mal her, Buka. Ich geb dir die Waffe. Hast du Munition, ja? Ja. Ich tu dich mal in die Gruppe. Einer muss absichern. Ich hab. Ich schaue in Richtung Stadt. Okay, ich geb dir Waffe. Okay. Ach, kann nicht auspacken. Neh mal, wenn ihr tot seid, am besten ohne Axt laufen, dann läuft ihr fast doppelt so schnell. Äh. Okay. Kannst du mal bei mir einen Rucksack hier gucken, wenn du das bist? Ähm. Marco E. Nimm mal die Map raus und schau dir die mal an. Ich will wissen, was du sagst. Hier liegt die Waffe, ne? Jo. Ich hab jetzt die Map genommen. Ja, was du brauchst. Nimm, was du brauchst. Aber lass den batteriebetriebenen Wackeldildo drin, den braucht er noch. Ja, den brauch ich auf jeden Fall. Du hast doch Sniper-Money für die D-Enfield. Hast du das für die D-Enfield? Ja. Ich hab keine Magazin, äh, keine Projektierkurse gesehen, deswegen hab ich nichts gesagt. Äh, ich mein nicht für die D-Enfield, sondern für die CZ. Die brauch ich, Kevin. Darf ich die haben? Du bist ja, ja. Cool, ey. Hier bin ich. So sicherst du, ja? Ja, ich schau in die Stadt. Ähm. Tatsächlich, du hast die. Ich wusste nicht, dass ihr die braucht. Da stand nämlich nur Null, Komma oder Nichts, Komma. Genau. Punkt, Punkt. Gut, dass Mucca das gesehen hat. Warte mal, Mucca, ich hab noch Muni, seh ich gerade für dich. Ich hab, ich hab schon das. Vielleicht, ich hab 20 Schuss. Hast du mal nicht mehr angeguckt, Mucca? Ähm. Ich hab aber noch zwei Mal erziehen, ne Mann. Ich hab mal Richtung Süden. Ich ball die trotzdem mal. So, und wo war jetzt der Spieler? Der war... Glaub, nur ein Stück weiter links in der Stadt. Ähm, genau vor uns. Da sieht man jetzt nicht, dass der rote Backstein ist genau hinter diesen, äh, Bäumen. Und daneben ist dieses, diese sechs, sieben Kisten zum Looten. Okay. Gehen wir hier links ein bisschen hoch. Wir sehen uns ja alle. Habt euch da nen Zombie gerade gesehen schonmal? Ah, da kommt er. Wo? Ähm, direkt vor uns. Direkt in meine Blickrichtung. Jetzt da unten läuft er nach rechts. Ah, ich seh ihn am Haus, ja. Siehste? Genau da. Direkt in meine Blickrichtung. Warte, ich hab den Sniper, lass mich schießen. Der ist jetzt wieder hinter nem Baum verschwunden. Ja. Sag mir die Himmelsrichtung Süden? Ähm, ja, fast genau. Ich seh ihn. Wenn er rechts auf die Straße kommt, versuche ich zu schießen. Okay. Oh, er ist ums Haus gelaufen. Der läuft wahrscheinlich da im Kreis, weil die looten alle diese Kisten. Wer geht hin? Wenn wir die Seite wechseln, wenn wir die Seite wechseln, dann können wir den weg snipen. Weil da haben wir die offene Sicht zu den Kisten. Dann machen wir das. Wir können die also rechts hier einfach umgehen, diese Stadt. Ja. Okay, das ist einmal Sniper. Das mit der... Die oder was das ist? Luca? Wo ist Tulu? Hinten. Oh, hinten, okay. Bin da. Ich cross grad die Straße. Jo, ich auch. Mhm. Ich auch. Alter, wir sind schon ne krasse Truppe. Also, angsteinflößend schauen wir schon aus jetzt. Aber man muss sagen, das Spiel ist mega gut zum Zusammenspielen. Also jetzt nicht von dem Spawns hier, sondern die Leute spielen hier sehr oft zusammen. Ich bin jetzt bisher fast nur Gruppen begegnet. Ja, aber diese Fraktion scheinen wirklich hier Bedeutung zu haben. Wow. Vor uns, vor uns. Nicht auf uns, aber nicht auf uns. Wir halten uns erstmal raus, würde ich sagen. Ja. Ich geh mal leicht den Berg hoch hier. Ja. Achso, da ist einer von euch. Wenn man in der Tarnay hier vorne ist, dann kann man alles einsehen. Sehr nice. Du bist nach unten? Ja. Okay. Ich bin jetzt oben hier mit einem von euch. Aus Poker neben dir. Ich sehe einen Spieler, ich schieße jetzt. Jo. Ah, bist zu spät. Wo siehst du den? Geh mal hoch hoch. Äh, warte. Ich sehe die Zombie heute. Alter, jawoll, du hast ihn getroffen. Du hast ihn getroffen. Da läuft er, ja. Ich schieße auch. Ich habe, glaube ich, das zweite Mal getroffen. Der ist vorne bei dem Haus jetzt. Vorne bei dem Haus. Soll die Zombie heute, what the fuck. Ich weiß nicht, ob er uns geortet hat. Die Zombie heute holt ihn gleich ein. Ich glaube, ich sollte den Schalldämpfer abmachen, man. Der nimmt zu viel Schaden weg. Geh nochmal einen Tick hoch, dass ich ein bisschen auf euch schauen kann. Nicht, dass irgendeiner von der Seite kommt. Wer drückt F? Wer drückt F? Nicht. Nicht. Nein. Okay, dann ist er das. Er weiß, wo wir sind. Aber die Zombie heute. Ja. Oh nein, 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 der weiß nicht. Der hat mich nicht gesehen. Ich habe den angeschossen. Der läuft jetzt um die Ecke. Da läuft er. Ja, okay. Ich schieße mit. Ich habe ihn. Habe ihn auch. Alter, die halten aber aus, ne? Und down. Ach, mit dem war ich eben in einer... Oh, ich habe die Punkte. Okay. Alles gut gemacht. Ich bin ein bisschen oberhalb von euch, um euch zu decken. Jeder mal so langsam aber gemütlich hin, ne? Jo. Pass auf die Zombies auf. Ja. Da kommen auch ein paar hoch zu euch. Ja, es kommen ein paar hoch, ja. Jetzt habe ich natürlich... Hat er eine Pistole oder so? Ich wechsle auf. Ach, wir haben noch eine Axt, man. Wir haben noch eine Axt, man. Ich kümmer mich an um die Zombies. Ich kann auch ein Problem los wechseln. Okay. Da kommt. Warte mal. Ich bin am Looten. Ich bin am Looten. Jo Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar da. Schaut auch bei den anderen Kanälen vorbei. Einmal bei dem Turo, der mitgespielt hat. Einmal beim Kevin.de, der mitgespielt hat. Und einmal bei dem Grandelbart, der mitgespielt hat. Außerdem habt ihr hier oben noch ein Arma 2 DayZ Video und unten die letzte Folge Arma 3 Breaking Point. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.